Aha! Dann beginnen wir an unserem wunderschönen Sonntag, den Job-Talk, mit heute zu Gast Peter Bauli. Hallo Peter! Einen schönen guten Sonntag, Nils. Du musst Chat mit mir erwähnen. Ja, hallo Chat, Entschuldigung. Okay, großartig. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Es müssen immer alle erwähnt werden. Peter, ich habe dich ja nur heute eingeladen auf deine Bewerbung hin und du hast ja bestimmt eine Menge zu erzählen, oder? Oh ja. Da gibt es das ein oder andere Anekdötchen, sage ich mal. Ich darf natürlich keine Namen nennen, das ist ja sonnenklar, aber ich kann immer sagen Klient ABC. Ja, wir haben ja, also du bist ja, aus welchem Bereich bist du denn quasi jetzt hier zu Gast? Also, mein Bereich umfasst das Arbeiten mit psychisch kranken Menschen in einer Behindertenwerkstatt. Die Werkstatt ist eine Metallwerkstatt. Also, wir arbeiten im Prinzip an CNC, Fräs- und Drehmaschinen. Also, das ist nichts. Fräs und Drehen hast du ja bei dem einen Jobtalk auch schon kennengelernt, sage ich mal. Und das mache ich zusammen mit den Behinderten. Okay. Und ich sage mal so, mein Hauptberuf nennt sich Arbeitserzieher. Ich sage immer dazu, ich erziehe die Leute zur Arbeit. Ah ja. Aus welcher Richtung bist du denn da gekommen? Also, in welche Richtung hast du denn eine Ausbildung gemacht? Erzieher dann? Nee. Also, ja. Zweite Ausbildung. Die erste Ausbildung war Industriemechaniker bei MRN, die habe ich mit 15, 16 gemacht. Dann bin ich in die freie, nach der Ausbildung, nach dreieinhalb Jahren, bin ich in die freie Marktwirtschaft gegangen und habe aber nach zwei Jahren so gemerkt, so, der Druck, der Stress, das halte ich nicht durch. Das ist nichts für mich. Und nachdem ich dann, glaube ich, den vierten Job oder so angenommen habe und da dann auch gekündigt worden bin, habe ich dann für mich einfach gezogen, okay, das ist nichts für mich. Ich bin aber von der Person sehr ruhig, sehr gelassen, kann gut mit Menschen umgehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache ein FSJ, also Freiwilliges Soziales Jahr, bei mir in Bayern und habe gedacht, okay, mache das bei einer Werkstatt mit geistig behinderten Menschen. Und dann habe ich nach einem Jahr festgestellt, geil, das ist genau das, was ich machen will. Genau meine Bestimmung. Okay, und hast du dann nach deinem Freiwilligen Sozialen Jahr nochmal eine Ausbildung gemacht, eine weitere dann? Genau, da ging es dann weiter, weil, da ich aus Bayern komme, musste ich leider den Bundesstaat Richtung Baden-Württemberg wechseln. Bin jetzt seit acht Jahren in Stuttgart. Diese Ausbildung gibt es leider nur in Baden-Württemberg, in verschiedensten Teilen. Okay. Deswegen musste ich leider rüber. Ich habe auch gesagt, sobald sich die Möglichkeiten ergibt, bin ich sofort wieder in Bayern. Das ist, mache ich keine zwei Meinungen draus. Aber ja, dann habe ich die Ausbildung in Stuttgart gemacht. Die geht zwei Jahre Vollzeit. Und dann hat man ein sogenanntes Anerkennungsjahr. Das geht dann halt logischerweise noch ein Jahr. Und dann ist man staatlich geprüfter Arbeitserzieher. Also du hast jetzt mal ganz kurz zu dem Fakten, du bist jetzt acht Jahre in Stuttgart, aber du willst eigentlich wie nach Bayern. Was hält dich denn auf? Ich sage mal so, ich habe schon diverse Jobs in Bayern mir angeguckt. Aber ich sage halt so, es muss wirklich, es sollte für mich eins zu eins passen. Und nicht, dass ich einen Rückschritt mache. Also ich will jetzt nicht in eine Werkstatt reingehen, in Bayern oder so, und habe dann für mich einen persönlichen Rückschritt. Das will ich nicht. Ich habe alles in Stuttgart, was ich will. Also ich habe im Prinzip alles. Das Einzige, was mir halt nicht so gefällt. Entschuldigung an alle Schwaben. Die Mentalität der Schwaben gefällt mir halt nicht so. Aber gut, ich komme aus Bayern. Okay. Was hast du denn in deiner Ausbildung gemacht? Also was hast du denn dort gelernt? Gelernt habe ich verschiedenste Dinge. Das ging los über Erziehung, über Psychologie, über Soziologie, Rechte, also auch Arbeitsrecht. Aber damit habe ich nicht so viel am Hut gehabt. Man musste es nur einmal sehen. Ja, dann gibt es im Prinzip, das kennt man auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen Krankenschein hat oder so. Dann steht unten meistens ICD und dann irgendeine Nummer. Und wir hatten damals ein Buch, das war so ein ICD-10-Buch. Ich weiß, Mediziner kennen sich damit besser aus. Aber wir mussten das tatsächlich auch mal lernen, damit wir wissen, was heißt denn welche Bedeutung. Ist jetzt in meinem Job dann nicht mehr relevant geworden, aber ich habe davon mal gehört. Ich muss dazu sagen, alles, was ich bei der Ausbildung gelernt habe, brauche ich effektiv 10, 20 Prozent davon. Also es ist ja überall so, dass bei Ausbildungen wird ja alles gelehrt irgendwo. Und jeder geht dann in seine fachspezifischen Bereiche. Ja, und dann brauchst du halt nur einen Teil davon. Okay. Und wie tief bist du denn in die jeweiligen Themen reingegangen, um dich auf deinen Job vorzubereiten? Ja, das kann man schwer sagen. Im Prinzip ist es so, es ist wie jede andere Ausbildung. Ich war zwei Jahre in der Schule, hatte ganz normal Unterricht mit Noten. Ich habe sogar ein halbes Jahr nochmal drangehängt, weil ich einfach für mich gemerkt habe, ich kann schlecht lernen einfach. Und habe dann einfach gesagt, okay, ich hänge nochmal ein halbes Jahr ran und das hat mir gut getan. Und dadurch habe ich einen besseren Abschluss hinbekommen, wie als hätte ich das sofort versucht. Das war die eine Krugs der Geschichte. Und mein Glück in der Hinsicht war auch, dass ich habe mein, es gibt zwei Praktikas, die du machen musst, über drei Monate. Das erste Praktikum habe ich bei geistig behinderten Menschen gemacht, in so einer Montage, sage ich jetzt mal. Das war eher unspektakulär. Aber das zweite Praktikum habe ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber gemacht, auch über drei Monate. Und danach habe ich direkt mein Anerkennungsjahr direkt bei der Firma auch machen können. Okay. Und dann war mein Glück, nach diesem einen Jahr hat ein Gruppenleiter sozusagen gekündigt. Und ich habe einfach seinen Platz eins zu eins übernommen. Also mehr Glück gibt es nicht. Ja, ist doch aber gut. Ja, klar. Und jetzt bin ich seit sechs Jahren da und bin absolut top zufrieden damit. Hast du denn in der Zeit, in der Ausbildung hast du dann Geld bekommen oder ist das eine nicht bezahlte Ausbildung? Genau. Also die zwei Jahre, das läuft über BAföG. Also über diese, kenne ich da nicht so gut aus. Muss dazu sagen, auch vieles haben meine Eltern mitgesponsert, weil die auch gesagt haben, hey, wir stehen voll hinter dir. Mach das. Ähm, meine Schwester, ähm, muss dazu sagen, meine Eltern sind beide Chemieingenieure, äh, arbeiten bei Roche Diagnostik. Dem einen oder anderen wird es was sagen. Große Chemie-Pharma-Firma. Äh, meine Schwester hat auch Biochemie. Der Master studiert uns auch bei Roche. Und dann haben meine Eltern halt gesagt, okay, ähm, du machst eine zweite Ausbildung, alles klar, wir unterstützen dich einfach voll. Aber, ja, das machen Eltern so. Also ich bin's so gewohnt, ich weiß nicht, wie's bei anderen ist. Also, also hast du während der, während der Ausbildung, hast du wirklich auch BAföG dann bekommen, die, ähm, um dich zu unterstützen, ja? Genau. Okay. Einmal BAföG und dann haben meine Eltern noch ein bisschen was dazu gesponsert, weil sie gesagt haben, du ziehst jetzt in der Stadt. Ja. Das ist halt einfach teuer. Mhm. Das ist kein Landleben mehr. Genau. Und, ähm, dann hab ich im Anerkennungsjahr, hab ich dann so, glaub, knapp, ähm, 1400 Netto bekommen. Ähm, hat für mich ausgereicht erstmal, es war ein Riesensprung dann für mich. Ja, und jetzt, ähm, ich kann da offen drüber sprechen, weil es ist alles öffentlich einsehbar, äh, ist ja öffentlicher Dienst. Da kannst du alles online, öffentlicher Dienst, kannst du alles nachschauen. Mhm. Ähm, also ich spreche da ganz offen, ich stehe da mit, äh, aktuell 22 Netto. Jetzt gibt's nächstes Jahr nochmal knapp 150 Euro mehr, also knapp so 23, 24 stehe ich da. Okay. Total zufrieden. Und du wohnst jetzt direkt in der Stadt oder ist das jetzt ein bisschen außerhalb deiner, äh, Arbeitsstätte? Ich hab zwei Jahre voll in der Stadt gewohnt, direkt so 20 Meter weg vom Hauptbahnhof, war nicht so schön, weil es sehr laut war. Ähm, ja, und jetzt seit, äh, knapp sechs Jahren wohne ich ein bisschen außerhalb, ähm, hab aber so, bin in der Viertelstunde, 20 Minuten bin ich in der Innenstadt mit der U-Bahn. Also, alles sehr entspannt. Okay. Und, äh, wie sieht denn so dein, dein normaler Alltag aus in, in deinem Job? Der normale Alltag sieht so aus, ähm, ich komm mal im Jahr an, wir beginnen um 7 Uhr in der Früh. Also, wir Gruppenleiter sind um 7 da. Ähm, die Klienten, sag ich jetzt mal, kommen erst um 8. Es gibt aber auch Klienten, sag ich mal, ähm, die haben zum Beispiel früher beim Daimler, beim Bosch gearbeitet, die sind diesen Drill, 6 Uhr aufstehen, 7 Uhr zur Arbeit. Das sind die gewohnt. Und dann stehen die um Punkt 7 da und dann wollen die da rein. Und wenn du mal 5 Minuten später kommst, dann schaden die schon mit den Hufen und wollen rein. Ist ein bisschen komisch, aber, ja. Ähm. Wenn du es nicht anders gewohnt bist. Richtig, genau. Und, ähm, dann sieht der Arbeitsalltag im Prinzip so aus, ähm, wir kommen in die Werkstatt rein, ähm, entweder die Mitarbeiter machen die Maschinen an oder wir machen sie an. Ähm, und dann treffen wir uns Gruppenleiter, meistens um 8 Uhr. Wir sind 4 Stück für 50 Klienten. Der Schlüssel ist 1 zu 12. Ähm. Ähm, ähm, und dann treffen wir uns und bereden sozusagen, was steht an, was für Aufträge sind los, was muss erledigt werden. Das machen wir jeden Tag, äh, damit wir einen Überblick kriegen, was so los ist. Und dann ist eigentlich für mich die Aufgabe, ich gehe raus und, äh, begleite die Mitarbeiter an den Maschinen. Also ich stelle mich mit denen hin, erkläre denen Sachen oder zeige ihnen was oder sage, hey, pass uns auf, ich bringe ihnen jetzt das, ähm, bei. Ich zeige ihnen, wie das jetzt funktioniert, ich zeige ihnen, wie die Bedienung funktioniert, ich zeige ihnen, wie das, ähm, wie das Programm an sich funktioniert. Ähm, der Unterschied ist nur, in der Industrie zum Beispiel, da wird dir das maximal ein- bis zweimal erklärt und dann solltest du das begriffen haben. Beim dritten Mal hast du schon ein Problem, weil dann sagen sie, was bist denn du für ein Idiot? Ist leider so. Und bei uns kommt's gar nicht darauf an. Also bei uns geht's wirklich darum, der Mensch hat eine psychische, äh, Diskrepanz, sag ich mal, erlebt. Durch Kindheit, durch Psyche, weißt du, da gibt's so viele Faktoren. Oder auch, ähm, Forensiker zum Beispiel, hat, ähm, in seinem Wahn, in seiner Psyche zum Beispiel die Wohnung unter Wasser gesetzt. Kommt dann in die forensische Abteilung, kommt dann zu uns. Ähm, und mit solchen Leuten behandle, äh, befasse ich mich dann. Und, ähm, mir ist es persönlich egal, was der für eine Geschichte hat. Ich will diesen Menschen erstmal so kennenlernen, bevor ich dem seine Akte lese. Das ist ganz wichtig. Das hat mir damals mein, äh, Abteilungsleiter immer gesagt. Lern den Menschen erst kennen, bevor du liest, was ist mit dem los. Auf jeden Fall geht's dann weiter. Ich darf mich mit dem Menschen dann, stelle ich mich an die Maschine hin und bringe ihm was bei. Und wenn er das beim ersten Mal nicht kapiert, ist es nicht schlimm. Wenn er es beim zweiten Mal nicht kapiert, ist es auch nicht schlimm. Ich kann das dem zehn oder fünfzehn Mal erklären. Ich darf bloß die Ruhe nicht verlieren. Das ist ganz wichtig. Weil wenn du mal aus der Fassung kommst und den dann anschreist, das bringt niemandem was. Dann geht der psychischer Knacks, ist dann mal vier Wochen krank, ja toll. Und wer macht dann die Arbeit? Du. Also musst du dich eher zusammenreißen und eher ruhig bleiben und sagen, okay, pass uns auf. Es ist alle per sie zum Beispiel. Das ist auch so ein Thema, da komme ich noch nicht so ganz klar, weil bei geistig Behinderten wird alles geduzt und bei psychisch Kranken wird alles gesiezt. Und Nähe und Distanz, ja gut. Das ist ein anderes Thema. Das will ich jetzt hier nicht aufreißen. Genau. Und dann geht es eigentlich darum, mit den Menschen zusammen die Teile, wir sind ein Lohnunternehmer im Prinzip, wir haben aber auch eigenständige Teile, die wir selber herstellen und selber uns ausdenken. Und dann geht der Alltag im Prinzip mit Arbeiten mit diesen Leuten vollstatten, sag ich mal. Und, ja. Nee, mach du, fahr fort. Achso, gut. Und das Korrifä ist, sag ich mal, was die Leute an, was die schon alles erlebt haben. Also, wir haben Leute dabei, wie ich am Anfang es erwähnt habe, die waren 20 oder, ja, 20, 25 Jahre beim Bosch, zum Beispiel beim Bosch oder beim Daimler. Und dann wurde das denen alles zu viel, dann hat dieser Peak sozusagen, also, man spricht davon, jeder Mensch hat ein bestimmtes Stresslevel, das er aushält. Und wenn dieses Stresslevel drüber geht, dann kann es passieren, dass dein Körper sozusagen abschaltet, also, nicht abschaltet, aber halt, ähm, ihm das zu viel Stress wird. Und dann fällst du in eine Depression zum Beispiel. Kann passieren. Es gibt aber auch viele andere Faktoren noch. Die kenne ich mich, da kenne ich mich aber nicht aus, das weiß ein Psychiater besser. Ähm, mein Onkel ist Psychiater. Nur am Rande. Ähm, genau. Und da gibt es Leute, wir haben bei uns aktuell, wir haben drei Maschinenbauingenieure. Wir haben einen ITler, wir haben einen Chemiker, einen Physiker. Ähm, du hast da Leute dabei, die haben in ihrem Leben extrem viel schon erlebt. Und dann siehst du, wie dieser Mensch, zum Beispiel der Physiker jetzt in dem Fall, der kann nur noch vier Stunden arbeiten. Und vorher hat der voll drin, äh, war der voll im Leben. Und auf einmal hat es einen Knacks gegeben, bumm. Und er kann nur noch vier Stunden arbeiten. Und das macht was mit mir, weil ich mir dann denke so, es kann jeden treffen. Und da sage ich dann immer so, wenn mir jetzt Leute auf der Straße begegnen und dann immer sagen, äh, schau doch mal den Behinderten da an. Dann denke ich mir immer so, Junge, du hast es verdammt gut, weil du steckst nicht in seiner Haut. Und dich hätte es genauso treffen. Und dann zeigen Leute auf dich. Das ist immer so die Schattenseite des Ganzen. Ähm, was produziert ihr denn, äh, bei euch, äh, für Teile? Also, wir machen bei uns, äh, Teile für, ähm, Aufzugs, äh, ja, wie soll ich das erklären? Also einmal, ähm, sind es Sicherungen für Aufzüge. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Aufzug abstürzen würde, ähm, gibt es ein Bauteil, das sozusagen dann einrasten würde und den Aufzug bremsen würde. Und dieses Bauteil komplett bauen wir für den Kunden. Also wir stellen alle Teile her, die er braucht. Fast 90% der Teile stellen wir alle her. Und, ähm, er baut es dann nur noch zusammen, weil er trägt die Sicherheit, dass es auch funktioniert. Also wir haben, wir, ähm, wir werden nicht herangezogen, wenn irgendwo ein Aufzug abstürzt und da sterben Leute sind, werden wir nicht zur Verantwortung gezogen. Also das passiert nicht. Okay. Und, ähm, dann haben wir eine andere große Firma zum Beispiel noch, ähm, die stellt sogenannte Maschinenheber her. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine große Maschine hast, egal wo, ähm, kannst du mit diesen Hebern, sag ich mal, einfach 10 Tonnen, 20 Tonnen, einfach die Maschine nach oben heben. Dann stellst du die auf Rollen, die die auch herstellen, wo wir auch fast alles für die herstellen. Ähm, und dann kannst du eine CNC-Maschine, die so 10, 20 Tonnen hat, sag ich mal, mit dem Finger einfach nach vorne schieben. Mhm. Solche Sachen bauen wir. Was wir zum Beispiel auch machen, äh, da bin ich sehr stolz drauf, weil das war ein Mitarbeiter, die Idee von einem Mitarbeiter, von einem Physiker. Ähm, der hat sich gedacht, hey, wie wär's denn, wenn wir einen, äh, Kerzenständer bauen. Und zwar jetzt nicht irgendeinen individuellen, wo jeder im Prinzip hat, ähm, sondern schon einen Geschwungenen, äh, der ein bisschen schöner aussieht. Dann hat der das gezeichnet, erst in 2D und dann in 3D am Computer. Und, äh, dann haben wir mal einen Teil davon gemacht und haben dann festgestellt, okay, das sieht gar nicht so scheiße aus. Und jetzt, ähm, überlegen wir aktuell, das ist so aktuell so ein neues Thema im Prinzip bei uns, ob wir das dann im Prinzip für alle anbieten. Ähm, ähm, und das dann sozusagen im Shop anbieten. Aktuell ist, ähm, dieser Shop, sag ich mal, noch offline, weil wir das noch, ähm, eher reintragen müssen. Also, das dauert noch. Mhm. Könnte man jetzt sagen, dass du, äh, den, also, du nennst ja jetzt, äh, Klienten, also den Menschen hilfst, sich zu reintegrieren? Ja. Hundertprozentig. Genau, also das ganz oberste Ziel ist immer, den Menschen wieder in den freien Arbeitsmarkt zu bringen. Das ist das ganz, ganz oberste Ziel. Viele erreichen dieses Ziel nicht, weil viele sagen zum Beispiel, ich will hier nicht weg, ich will nicht mehr raus, ich hab hier meine Umgebung, ich hab hier meine sozialen Kontakte, lasst mich in Ruhe. Aber viele sagen auch, hey, ich will wieder integriert in die Werkstatt, also bei uns nennt sich das Reintegra, also integriert wieder in den Alltag. Und, äh, die können, das ist eine separate Abteilung, Gott sei Dank. Und, ähm, die kümmern sich dann darum, die suchen einen Praktikumsplatz, die suchen einen Arbeitgeber, speziell für den Klienten mit seinen Fähigkeiten. Und dann geht der da zum Beispiel raus, zwei Tage, drei Tage, oder auch, wie in unserem Fall, der ITler, der war jetzt zehn Jahre bei uns, ist dann rausgegangen, in den normalen Betrieb, arbeitet da vier Tage, und am Freitag kommt der zu uns. Also die Sicherheit der Leute, dass die jederzeit, egal was draußen passiert, die können jederzeit zu uns zurückkommen. Das gibt ihnen einfach die Sicherheit zu sagen, okay, ich probiere das jetzt da draußen, und wenn's schief geht, egal, ich kann zurückkommen. Ist nicht so schlimm. Ist das denn jetzt, äh, bei dem, äh, ITler, ist das jetzt so, dass der vier Tage normal, also normal in der freien Wirtschaft, äh, arbeiten geht, und dann einen Tag einfach nur, um bei euch, also wozu kommt der nochmal dann einen Tag wieder, also? Ähm, der kommt einen Tag wieder, weil es ist im Prinzip so, ähm, 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 er geht in Therapie, sag ich mal, und die ist von Montag bis Donnerstag immer am Nachmittag. Und, ähm, am Freitag ist die am Vormittag, geht so meistens bis elf. Und dann sagt der, Freitag arbeiten die eh nur bis 14 Uhr, wir arbeiten Montag bis Freitag immer von 8 bis 16 Uhr. Ah, okay. Und dann sagt er sich natürlich, es macht keinen Sinn, da in eine Firma zu gehen, dann komm ich zu euch halt am Nachmittag. Ah, okay. Das ist die Krux der Sache. Und er kann sein Wissen, er hat halt extrem viel Wissen, gibt er dann einfach an die Leute nochmal weiter. Das ist so ein zusätzlicher Halt für uns noch. Das ist doch voll gut. Voll geil. Also hat er ja mehr oder weniger auch eine, eine wichtige Aufgabe dann übernommen, die Jahre. Die Jahre auf jeden Fall, ja. Ja, der hat auch damals, ähm, hat er gefragt, ob er sogenannter Vorarbeiter sein kann. Leider war das bei uns, ist das bei uns nicht möglich. Ähm, deswegen hat er auch gesagt, der will jetzt einen Außenarbeitsplatz anstreben. Mhm. Ähm, weil wir das nicht machen konnten. Ähm, aber ja, der hat so viel Wissen, ähm, dem sagen wir im Prinzip hier, äh, Klient XY, gehen Sie da ran, Sie wissen schon Bescheid und ich brauche gar nichts mehr machen. Also solche Leute haben wir auch. Also wir haben sogenannte, äh, äh, Führungsträger, sag ich jetzt mal. Das sind so, ja, vier, fünf Leute bei uns in der Abteilung, die komplett alleine arbeiten können. Denen sage ich nur, okay, das ist zu tun, das ist zu machen und die regeln dann das komplett für sich selber. Oder wir haben zum Beispiel auch einen dabei, der, ähm, ähm, leitet fast die ganze Fräsabteilung, äh, für sich, sag ich mal. Also der war früher, hat, war der in der QM unterwegs, also im Qualitätsmanagement war der früher unterwegs. Und der ist halt sehr genau. Und dann sagen wir uns natürlich, ja geil, ähm, den nehmen wir. Und, ähm, der will das aber auch. Also der, der nimmt das auch an, verteilt die, äh, die Aufgaben. Wir müssen uns eigentlich nicht groß darum kümmern, was uns extrem, äh, entlastet, sag ich mal, von dem Ganzen. Sonst müssten wir ja zu jedem hinrennen und zu jedem schauen, was macht der, was macht hier, wo ist hier was. Da bist du nur am, am Rennen und kommst zu gar nichts mehr. Und dann ist es ja auch noch so, es ist ja nicht nur so, dass ich rausgehe und mich mit den Leuten beschäftige. Ich darf dann auch alle drei Monate, okay, bei mir sind es nur alle drei Monate, ähm, darf ich im Prinzip für jeden Mitarbeiter, den ich bei mir in der Gruppe sozusagen habe, darf ich so, ja, eine Viertelseite, sag ich mal, schreiben, was war gut, was war schlecht. Das sind alles Dinge, die du dann protokollmäßig, äh, zugrunde legen darfst, ähm, zusätzlich noch zu dem Alltag. Und, ja, da ist jede Entlastung von jedem Mitarbeiter Gold wert. Deswegen schauen wir auch immer, dass wir jeden Mitarbeiter so weit kriegen, dass er selbstständig arbeiten kann, ähm, weil das entlastet uns. Das ist ganz extrem. Äh, wofür werden denn diese, äh, Berichte angefertigt? Also, haben die einen, äh, haben die einen Zweck? Ja, die haben einen Zweck. Ähm, wir haben einen psychosozialen Dienst, auch im Unternehmen. Ähm, ähm, ja, fragen wir mal hin nachher. Ähm, wir haben einen psychosozialen Dienst, der kümmert sich darum, dass ein, ähm, dass der Kostenträger, also es gibt immer einen Kostenträger, sprich, deutsche Rentenversicherung, ähm, Arbeits, Arbeitsagentur für Arbeit, die stellen, also die decken sozusagen die Kosten, ähm, dass der Klient bei uns arbeiten darf. Und wir müssen sozusagen alle halbe Jahr oder alle Jahr, ich weiß es nicht genau, muss der einen Bericht an diesen Kostenträger schicken und sagen, hey, es ist noch alles gut, er bemüht sich, er versucht, ähm, regelmäßig zu kommen, ähm, er will weiter voran und will auch den Sprung nach draußen machen. Den Kostenträger freut es, wenn der das hört, weil, äh, wenn der den Sprung nach draußen macht, zahlt der Kostenträger nicht mehr. Dann zahlt der Arbeitgeber, wo der dann ist. Mhm. Deswegen freuen die sich so über solche Berichte. Aber es gibt natürlich auch die negative Seite, wenn es da Mitarbeiter gibt, die sich nicht melden, nicht kommen, ähm, nicht, äh, anwesend sind, so wie wir das gerne hätten, dann gibt es natürlich auch Gespräche, wo es dann heißt so, ja, warum klappt es denn nicht? Was können wir denn anders machen? Was können Sie anders machen? Ähm, bis hin, bis der Kostenträger dann irgendwann sagt, hey, es hat alles nichts, es hat alles keinen Sinn, ähm, Sie müssen leider die Werkstatt verlassen. Das gibt's auch. Kommt zwar selten vor, aber es gibt's halt leider auch. Und, ähm, was leider auch vorkommt, ist, dass wir mindestens einmal im Monat die Polizei rufen dürfen. Ähm. In welchem Zusammenhang? Ja, ähm, eine psychische Erkrankung ist im Prinzip ja so zu deuten, in deinem Gehirn spielt etwas verrückt. Ähm, das wird meistens mit Tabletten blockiert, sag ich jetzt mal. Und, ähm, es gibt dann mal Mitarbeiter, die dann einfach sagen, oh, ich nehm keine Tabletten mehr, ich bin ja nicht gezwungen, die zu nehmen. Kurzer Ansatz, die Forensiker, die bekommen eine Bewährung über fünf Jahre, die müssen diese dann nehmen. Okay. Aber ein normaler Mitarbeiter, der beim Psychiater war, ja, der nimmt die halt, weil dann fühlt er sich besser, aber es gibt ein paar auch, die dann sagen, nö, will ich nicht mehr nehmen. Und, ähm, wir hatten jetzt, wie gesagt, letzten Monat die Situation, ähm, dass ein Mitarbeiter zum Beispiel hergegangen ist, ähm, hat sich im Streit mit einem anderen Mitarbeiter sich eine Holzlatte genommen, hat ausgeholt und beim Ausholen hat er einen dritten Mitarbeiter getroffen. Ja gut. Polizei rufen, aufnehmen, den einen mitnehmen, den anderen mitnehmen und dann siehst du die die nächsten vier bis acht Wochen nicht mehr, weil die kommen dann erstmal in die geschlossene und sind dann erstmal weg. Und solche Sachen gibt's halt auch. Also die Leute sind zum einen stabil, aber können extrem schnell instabil werden, weil es halt eine psychische Sache ist. Einer, ein Mitarbeiter hat mir das mal erklärt, er hört drei Stimmen. Eine Stimme sagt zu ihm, Ja, mach alles super. Du bist, äh, äh, es läuft alles super. Die zweite Stimme sagt sie, äh, so misstrauisch, äh, den kann ich nicht trauen. Die dritte Stimme sagt, Krieg, 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 geh voll rein, hau ihn weg. Ja. Und, äh, wenn dann die dritte Stimme natürlich übermannt von den anderen zwei Stimmen, ja, dann ist der gezwungen, das zu machen. Ähm, da kann er sich gar nicht dagegen wehren. Und die Tabletten helfen ihm halt, keine Stimmen zu hören. Okay. Das ist zum Teil sehr, sehr krass. Wie ist denn das jetzt für dich so, nach sechs Jahren mit, äh, ja, den Menschen zusammen zu arbeiten? Also hast du für dich viel, viel mitgenommen? Gehst du anders durch die, durch die Welt mittlerweile? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wenn ich jetzt normal unterwegs bin, sei es in Stuttgart, in der Innenstadt oder so, wenn ich da unterwegs bin. Ich habe ein ganz anderes Bild auf Menschen mittlerweile bekommen. Früher war ich immer so gegenüber, äh, Behinderten oder die, sag ich mal, komisch gelaufen sind, guckt man ja immer schräg an und hat immer so, äh, sieht irgendwie komisch aus, hm, will ich nichts damit zu tun haben? Mittlerweile hat sich die Sicht halt drauf gewandelt und ich sehe die jetzt aus den anderen Punkten und sehe dann einfach, hey, da ist eine Geschichte dahinter. Der humpelt nicht umsonst. da ist irgendwas und sehe das halt dann eher positiver wie abschreckender. Das hilft mir extrem im Alltag, weil damit, äh, kriegst du ein ganz anderes Bild auf die Leute im, im Alltag und verurteilst nicht sofort jeden. Das hat mir sehr geholfen. Okay. Und, äh, merkst du denn für dich, dass dich, äh, die, die Geschichten beispielsweise auch mitnehmen oder hast du ein gutes, sag ich mal, Ventil, wo du das, äh, hinpacken kannst, also deine Eindrücke? Äh, ja, also, ähm, ganz klar, wenn es sehr krasse Aktionen wie das zum Beispiel, wo der da, da draußen einen getroffen hat im Prinzip, das nimmt einen schon mit, aber, ähm, es ist wie jedem, wie in jedem, sag ich mal, Polizeichop oder Feuerwehr oder Krankenwagen, ähm, ich kann das relativ gut ab. Also, ich, äh, lass das nicht an mich ran. Ähm, muss dazu sagen auch, ich setze mich dann am Abend hier an den Rechner, zocken einfach eine Runde und dann ist das Thema schon wieder für mich erledigt. Dann, äh, denke ich da nicht drüber. Ich, äh, sag auch so, sobald ich das Gelände offiziell verlasse, verlasse ich auch die Gedanken dahin. Das ist immer meine, meine Krux an der Sache. Ähm, Arbeit ist Arbeit, Privat ist Privat. Das kann ich relativ gut trennen. Und, ähm, da, da kommt bisher auch nichts an mich ran. Man sagt zwar immer, du nimmst pro Jahr ein Prozent von dem Psychischen an. Ja gut, jetzt sind es vielleicht sechs Prozent. Meine Kollegen sind 20 Jahre schon da, da sieht es anders aus. Aber gut, tja, das muss jeder, jeder kommt damit, äh, anders klar. Andere nimmt das voll mit und andere sagen so, ja gut, ist halt so, äh, ich könnte zum Beispiel auch nicht, wenn da irgendwo ein Verkehrsunfall ist und da liegt einer Blutüberschritt, dann, da gehe ich nicht hin. Weil das könnte ich nicht. Da, ähm, ziehst du mich zum Beispiel nicht. Aber da gibt es andere Menschen, die da hingehen und sagen, ja gut, ähm, ist halt ein Patient, ist meine Aufgabe und erledige ich. Genauso ist es bei mir auch. Ich gehe an den Menschen ran, das ist meine Aufgabe, das ist meine Bestimmung, also Bestimmung ist falsch ausgedrückt, aber das ist mein Job. Und sobald ich dieses Gelände verlasse, ist es nicht mehr mein Job. Dann ist es mein privates. Ich hatte zum Beispiel letztens auch, da hat auch ein Mitarbeiter gefragt, hey, wollen wir uns nicht privat treffen? Da habe ich gesagt, nein, privat ist privat und da will ich mit euch nichts zu tun haben. Sorry. Also, soweit kommt es dann noch. Ja gut, du musst ja wahrscheinlich auch einen gewissen Abstand wahren, nehme ich an. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Weil sonst, das geht sonst nicht. Ähm, wo du gerade von, von der, äh, Polizeigeschichte erzählt hast, äh, wurdest du dann auch schon mal, äh, angegriffen? Bei dir auf Arbeit? Gott sei Dank noch nicht. Ähm, ich wurde nur, ähm, das war ziemlich in meiner Anfangszeit, weil da kannten mich noch nicht so viele, klar. Und, ähm, ja, ich wurde auch schon beleidigt, das kommt auch vor. Ähm, aber so richtig tätlich angegriffen, wurde ich noch nicht. Ähm, Gott sei Dank. Und, ähm, ja, beleidigt wirst du halt im Prinzip. Aber das ist dann so eine Sache, ähm, da muss man drüber stehen. Man muss sich diese Beleidigung über sich ergehen lassen, weil du weißt nicht, warum der das jetzt macht. Vielleicht macht er das jetzt nicht mit Absicht. Weil das komisch ist, der schreit dich an, der beleidigt dich aufs Übelste und fünf Minuten später ist das dein bester Freund und sagt, ah, sorry, ähm, ist wohl gerade bei mir der Vogel rausgeschossen, ähm, ich konnte nichts dafür, sorry, tut mir leid. Und dann, ja, es ist so. Also, ich lasse es nicht an mich ran und nehme das persönlich oder so. Ja. Also, das überhaupt nicht. Gott sei Dank. Wie ist das denn so, wie ist das Verhältnis zwischen euch allen? Seid ihr, also habt ihr ein sehr gutes Verhältnis bei den Leuten, wenn man jetzt schon, ähm, also Leute zehn Jahre da sind und länger? Also ist das... Ja, klar, also man kommt mit Leuten gut klar und, ähm, natürlich wie in jeder Firma, wir haben gesagt, 40 Leute, mit manchen Leuten kommst du halt nicht so gut klar. Aber ich sag auch so, obwohl diese Regel offiziell bei uns im Vertrag so drinstehst, dass du jeden Mitarbeiter siezen sollst, denk ich mir dann so, hey Leute, ich kenn ihn jetzt seit fünf Jahren, ich arbeite jeden Tag mit dem zusammen, wir duzen uns. Punkt. Wenn kein anderer in der Nähe ist. Und ich sag dann dem Mitarbeiter auch so offen ins Gesicht, pass auf, sobald ein Dritter dazukommt, wir siezen uns, dann switchen wir einfach rum oder sobald wir in ein offizielles Gespräch gehen, siezen wir uns einfach und sobald wir da draußen sind, bumm, ja du, fertig aus. Weil ich sag dann immer so, ja klar, man kann jeden siezen, aber wenn man sehr, sehr lange mit Leuten zusammenarbeitet, ich hab das einfach von der geistig behinderten Werkstatt halt noch so intus, das sind auch nur Menschen. Und die immer mit dieser Distanz zu wahren und zu sagen, bloß Abstand lassen, ja gut, das kann man machen, ich seh das halt nicht so, ich sag mir halt so, Freunde, ich kenn ihn jetzt schon länger, ich red den per Du an und sobald, solange es keiner mitkriegt, wo kein Kläger da, kein Richter. Das ist mir dann egal. Wenn das deine Philosophie ist, ist das ja auch voll klar. Ja, klar. Erwirtschaftet ihr Gewinn in der Firma oder seid ihr einfach trägerfinanziert komplett, dass es egal ist, ob ihr Gewinn macht oder nicht? Korrekt. Genau. Also, es heißt ja auch so, dass Behindertenwerkstätten dürfen offiziell keinen Gewinn machen. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich sehr viel Geld erwirtschaften. Also, ich glaube, letztes Jahr waren es um die 2,5 Millionen Umsatz, was wir gemacht haben. Also, nicht in unserer Teilung komplettes, komplette Firma. Und, ja, klar, du darfst offiziell keinen Gewinn machen. Aber dann ist es so, ja gut, dann hast du jetzt, sag ich mal, eine Million übrig. Ja gut, dann sagt die Firma einfach, okay, wir kaufen das Haus, wir kaufen das Haus, hier brauchen wir noch Wohnungen und da brauchen wir noch Wohnungen für unsere Mitarbeiter. Ja, dann kaufen die halt solche Sachen. Also, daran scheitert es eigentlich nicht. Und das Geld, das effektive Geld, bekommen wir von den Kostenträgern. Es ist auch so, ähm, geltlich ist das so aufgetrennt. Die Kostenträger zahlen uns zum Beispiel für einen normalen psychisch Kranken zweieinhalbtausend Euro. Zum Beispiel, ne, viertausend. Machen wir viertausend. Ähm, und von diesen viertausend bekommen wir einen Teil, dass wir den ja bei uns aufnehmen, damit der eine Arbeitsstätte hat. Der bekommt aber von dem Kostenträger unter anderem auch, das ist jenen spezifisch aufgeteilt, was die für Verträge haben, das weiß ich nicht genau, dem wird seine Wohnung gezahlt. Zum Beispiel, wo er drin wohnt. Dem wird seine Sozialversicherung, Krankenversicherung, etc., das wird ihm alles gezahlt. Ähm, und dann gibt's diese Forensiker, die ich am Anfang erwähnt habe, da kriegst du das Dreifache an Kohle, also das Dreifache an Geld, also 12.000 statt 4.000, weil er ja auf Bewährung, er hat irgendwas angestellt, wurde verurteilt, und jetzt ist er auf Bewährung bei uns. also ist er dreifach so hoch einzustufen, also kriegst du auch das Dreifache an Geld verdienen. Ist schön für uns. Ähm, heißt das denn, jetzt, wo du von Wohnungen gesprochen hast, dass, äh, eure, ja, Angestellten sozusagen dort dann leben können, in den Wohnungen, oder wie? Genau, also es gibt entweder, es gibt, äh, bei uns Leute, die entweder eine eigene Wohnung besitzen, haben wir auch, ähm, oder zur Miete irgendwo wohnen, oder auch in einem betreuten wohnen, äh, in einer betreuten Wohnung wohnen, oder in einem Wohnheim wohnen. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wohnheim heißt, er ist in einem Haus, wo auch Gruppenleiter wie ich da sind, ähm, die die Leute betreuen. Die haben zwar ihre einzelnen Zimmer, man kann sich das so vorstellen, äh, da wo wir auf dem Community-Treffen waren. Mhm. So ähnlich ist das da, dass du, ähm, mehrere Räume hast, wo die ihre Zimmer sozusagen haben, aber einzeln. Und dann hast du einen großen Gemeinschaftsraum, wo die dann essen, wo die zusammen was machen. Und, ähm, dann gibt es betreutes Wohnen. Das ist dann, er hat seine eigene Wohnung und es kommt einmal oder zweimal die Woche ein, äh, ein Mitarbeiter, sag ich mal, vorbei, oder sein persönlicher Betreuer oder, äh, gesetzlicher Betreuer, sag ich mal, der kommt dann vorbei und schaut, wie es dem geht. Und, äh, bespricht Termine mit ihm, vereinbart was, ähm, genau. Und, ähm, dann gibt es noch die Leute, die komplett eigenständig leben. Da kommt niemand vorbei. Und, die eine eigene Wohnung haben, die, äh, sich um alles selbstständig kümmern müssen. aber es ist halt auch so, derjenige, der sich selbstständig um alles kümmern muss, kriegt natürlich am meisten Geld. Also, dem wird nichts abgezogen. Der, wo ein betreutes Wohnen hat, der muss ja den Betreuer bezahlen, dass der kommt. Die, wo in einem Wohnheim wohnen, geben ihr ganzes Geld im Prinzip an das Wohnheim ab, weil die sie ja komplett versorgen. Mhm. Und so sind die Unterschiede, wo die wohnen können. Sind die Wohnheime denn auch von, von eurer Firma quasi? Genau. Also, Rehabilitationszentrum, um es mal so zu sagen, aber ist egal. Ach so, also, also habt ihr, also sind sie quasi bei euch in Betreuung und, äh, bei euch auch auf Arbeit? Ja. Das ja... Also, wir haben einmal, ähm, in Stuttgart eine riesige Klinik, auf dem, äh, Hesslachberg, dem einen oder anderen wird es vielleicht was sagen. Äh, die Firma an sich kann ich jetzt einfach mal nennen, wenn ich darf. Ja, klar. Ähm, Rudolf Sophie in Stift, heißt die Firma. Ähm, und die haben eine riesige Klinik auf dem Hesslachberg. Und, ähm, das ist eine halb geschlossene Klinik. Und das, ähm, da oben leben auch Mitarbeiter und in einem Betreuten wohnen. Die haben da eine Großküche, die haben da ihre Einzelnen, Einzimmer, also alles Mögliche im Prinzip, wie in einem, wie in einem Wohnheim im Prinzip. Mhm. Und, ähm, die kommen selbstständig zu uns. Oder wir haben auch ein Fahrunternehmen, die die Leute von da oben, von der Klinik, sag ich jetzt mal, weil die ist sehr weit weg und sehr abgelegen. Also, die ist nicht in der Innenstadt, die ist sehr weit abgelegen, damit da bloß nichts passieren kann. Ähm, auf so einem Berg schön. Und, ähm, die werden dann zu uns gefahren. Aber die meisten Mitarbeiter wohnen komplett selbstständig. Oder halt in, äh, betreuten wohnen. Das können die sich frei aussuchen im Prinzip. Also, die meisten... Die meisten... Die meisten werden dann die Gewinne sozusagen zurückgeführt, dann in solche, ähm, ja, Unterkünfte. Genau. Also, habe ich das jetzt richtig verstanden dann, ja. Ja, korrekt. Okay. Und, ähm, die Mitarbeiter bekommen ja auch noch ein Gehalt, sag ich jetzt mal. Also, eine, ähm, ein Taschengeld einfach. Mhm. Und dieses Taschengeld bezieht sich darauf, wie sie bei uns arbeiten. Also, wir haben bei uns auch Lohneinstufungen von 1 bis 9. Okay, nur 1 bis 6. 6 bis 9 ist Außenarbeitsplatz. Also, von 1 bis 6. Und je nachdem, was der Mitarbeiter leisten kann, bewerten wir. Und wir stufen ihn dann in eine Lohnstufe ein. Wenn der Mitarbeiter jetzt aber sagt, hey, hm, ich mache jetzt mehr, ich bin jetzt jeden Tag da und ich kann das und das, dann sagen wir natürlich, hey, der kann viel mehr. Wir stufen denen eine Lohnstufe höher. Ähm, dann ist aber auch die Krux dabei, manche Leute wollen gar nicht hoch, gestuft werden. Ähm, weil es ist unter anderem so, dass dann das, ähm, die Rentenversicherung oder das Amt dann auf einmal sagt, hey, du kriegst da viel mehr, du kriegst von uns jetzt nicht mehr so viel Geld. Also, das ist immer so eine zwiegespaltene Meinung. Äh, da sagen dann viele, nee, ich will nicht mehr Geld, weil sonst ziehen die mir am Ende mehr Geld ab, wie, äh, das ich eigentlich habe. Also, es ist sehr komische Bürokratie-Scheiße. Also, ja, ich bin da Gott sei Dank nicht befangen von dem ganzen Scheiß, aber, ja, es geht mich nichts an, weil, äh, ich sage immer dazu, wir sind für die Arbeit da und alles, was außerhalb der Arbeit passiert, dafür habe ich meinen psychosozialen Dienst. Der macht alles, was außerhalb passiert. mit Anträgen und Krempel, das interessiert mich nicht. Okay. Gott sei Dank. Hast du denn, äh, bei dir auf Arbeit auch die Möglichkeit, dich mit, äh, irgendwem zu unterhalten? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe direkt, ähm, ähm, wir sind unterteilt im Prinzip in einmal Fräserei, einmal Dreherei und einmal Metallmontage, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ich mit meinem langjährigen Kollegen, der, Moment, das ist 59, genau. Ähm, wir machen die Dreherei. Ja. Komplett, äh, Moment, kurz. Wir haben insgesamt, ähm, haben wir zwölf Maschinen. Zwölf CNC-Maschinen. Und, ähm, wir, äh, wir zwei machen die Dreherei. Dann habe ich eine Kollegin, die ist unsere auch, gleichzeitig unsere Teamleiterin. Früher gab es Abteilungsleiter, das wird mittlerweile abgeschafft. Und man sagt jetzt nur noch Teamleiter, weil dann ist die Kommunikation untereinander viel besser und nicht mehr so krass hierarchisch, wie das früher war. Ähm, die macht die Frässachen, aber ich arbeite auch mit der Fräserei mit dazu, weil ich das auch sehr gut kann von früher. Okay. Und, ähm, ein vierter Kollege, der macht komplett nur die Montage. Und so teilen wir uns im Prinzip auf und jeder arbeitet für jeden. Ich kann zwar nicht alles, aber ich kann sehr viel und versuche überall, äh, reinzugehen und zu schauen, wo kann ich unterstützen, wer braucht Hilfe. Aber es gibt zum Beispiel auch Situationen, wir haben zum Beispiel eine Maschine, die ist 1990 gebaut worden oder hat das Baujahr 1990. Ja, ich bin auch 90 geboren worden. Ich kenne mich da aber nicht mehr damit aus, weil das ist so alt, äh, das war vor meiner Zeit. Und da sind halt so Sachen auch dabei, wo ich dann einfach sage, okay, da ist mein Latein dann einfach am Ende, aber dafür habe ich ja meine Kollegen, die halt schon länger dabei sind, die sich damit auskennen. Gott sei Dank. Äh, hast du die, die Möglichkeit, wenn du jetzt, sag ich mal, emotionalen Ballast hast, dass du im, im Betrieb irgendwo mit jemandem darüber mal, äh, quatschen kannst? ja. Ventil? Also, unsere, ähm, das ist sehr geil, unsere, Werksleiterin, sag ich jetzt mal, ähm, die ist gleichzeitig Psychologin, also doktorliche Psychologin. Ja. Und die hat immer gesagt, wenn irgendwas ist, wenn ihr irgendwo was rauslassen wollt, kommt zu mir, ihr könnt mir alles erzählen. Und zu der, da war ich zweimal bisher, da möchte ich aber nicht drüber sprechen. Ja, ist ja okay. Ähm, da war ich zweimal bei ihr, weil das so krass war, ähm, dass, dass ich einfach gesagt habe, ich muss jetzt mit irgendjemand anderem drüber sprechen und nicht direkt mit meinen Kollegen. In der Regel kannst du alles mit deinen Kollegen wegreden, das funktioniert sehr gut, aber, ähm, manchmal brauchst du einfach einen ganz anderen Kontrast. Das geht dann einfach leider nicht. Ja. Also ich hätte jetzt soweit, Peter, keine, keine Fragen mehr. Also ich habe so das, was, was mir, äh, vorgeschwebt hat. Ähm, habe ich dir jetzt eine Frage. Also Chad, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, ich denke, Peter würde die bestimmt auch beantworten. Jo. Ich habe hier noch einen von, äh, von Ceron, äh, und zwar, äh, was ist denn jetzt eigentlich das Leitbild der Firma? Stehen die beeinträchtigenden im Mittelpunkt oder die zahlende Hand? Äh, die Mitarbeiter, ganz klar. Also es ist ein Rehabilita-, Reha-, Rehabilitation? Rehabilitationszentrum, ja genau, danke. Bitte? Äh, schweres Wort. Ähm, und wir rehabilitieren Leute von ihrer Krankheit zur Arbeit in den Arbeitsmarkt. Und die Leute stehen ganz klar im Mittelpunkt. Wenn dann zum Beispiel irgendein Kunde daherkommt und sagt, ich will jetzt aber ganz, 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 ganz dringend, ja dann sage ich, sorry Leute, dann geh draußen in die freie Marktwirtschaft, bestell da deine Teile, da kostet es halt das Fünffache, aber dir muss klar sein, du kannst es bei uns bestellen. Aber das dauert halt viermal so lange, aber dafür, ähm, äh, ja, ist es im Prinzip von Behinderten hergestellt. Es gibt ja auch dieses, ich weiß es jetzt nicht genau, es gibt irgendeine Abgabe, die jede Firma zahlen muss, äh, wenn du, wenn du jetzt nichts von, ähm, von Behindertenwerkstätten, äh, äh, fertigen lässt. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ähm, ähm, vielleicht weiß es einer im Chat. Ähm, ähm, äh, genau, die können das dann sozusagen bei der Steuer angeben und dann zahlen die da nichts. Und wir haben auch eine Firma dabei, äh, die diese Pumpenheber zum Beispiel machen, der sagt ganz klar, ich weiß, ich kriege von euch die Teile vier Wochen später. Das kalkuliere ich schon vorhinein ein. Allerdings sage ich auch, das, was ich, äh, das, was ich draußen bekommen würde an Kohle, teile ich einfach durch zwei und das bekommt ihr dann. Da leben wir fein damit. Und, ähm, wir sagen auch ganz klar, wir haben jetzt viele Mitarbeiter krank sind und aktuell ist das leider der Fall. Also ich hatte jetzt, äh, vor knapp anderthalb Wochen hatte ich Corona. Ähm, meine Kollegin auch und mein Kollege hat es jetzt mittlerweile auch erwischt. Ähm, das geht gerade rum. Und wenn dann viele krank sind, ja, dann ist es halt so. Also, da kann man dann nicht sagen, äh, ähm, der Kunde hat jetzt Vorrang und, äh, wir machen jetzt alles wie blöde, nur damit der Kunde zufrieden ist. Nein, die Leute stehen im Mittelpunkt. Und wenn die Leute nicht da sind oder das nicht so leisten können, dann ist das so. Da kann dann, keine Ahnung, Firma XY daherkommen und Druck, 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 ja, es bringt euch nichts. Wir können auch nur, wir kochen auch nur mit Wasser, also, es ist halt so. Also da, ja, ich hab da ein relativ gutes Verhältnis schon mit den, mit den, äh, mit den Firmen mittlerweile, ähm, dass die genau wissen, auf was sie sich einlassen. Gott sei Dank. Also habt ihr auch eine, eine schützende Hand darüber quasi? Ja, ja, absolut. Okay. Also das, das ist Gott sei Dank da voll. Hier ist noch, äh, eine Frage reingerutscht. gibt es regelmäßig Schulung, Sicherheitstraining, Verteidigungskurse und so weiter oder nur während der, äh, Ausbildung? Und werden die Menschen dort auch, äh, fortlaufend therapiert oder, äh, bleibt das bei denen? Sehr interessante Frage. Also einerseits, ähm, wir können, uns werden Schulungsmöglichkeiten angeboten, auf jeden Fall, über Schizophrenie, über, ähm, Persönlichkeitsstörungen, über Suizid, ähm, äh, Lernen mit, mit Leuten mit Down-Syndrom, ähm, alle möglichen Sachen werden uns angeboten, über ein Jahr, da kann man sich anmelden, man muss es nicht machen, man sollte es aber alle zwei Jahre mal machen, damit man wieder auf dem Markt hinstand ist. Das empfiehlt zumindest die Geschäftsleitung. Man muss es aber nicht machen. Mein Kollege zum Beispiel, der seit 20 Jahren da ist, der sagt immer so, ach komm, leck mich doch, äh, äh, sorry für die Ausdrucksweise, das brauche ich nicht. Ich sage mir dann immer so, ja, alle zwei Jahre sollte ich es dann schon wieder gehört haben. Ähm, Sicherheitssachen, ähm, ja, also Verteidigungskurse gibt es in der Hinsicht nicht, brauchen wir auch nicht, da, ähm, die Leute schon zu uns kommen und wollen eigentlich arbeiten und suchen jetzt nicht den direkten Stresskontakt, wie es jetzt, sage ich, man im Gefängnis wäre oder so. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Ähm, also denen ist schon bewusst, dass die hier zum Arbeiten sind und nicht zum Streit anfangen. Ähm, genau, und, äh, ich bin selber Sicherheitsbeauftragter von unserem Haus. Ähm, ich muss alle fünf Jahre im Prinzip, ähm, eine Schulung machen, wo ich im Prinzip wieder auf den aktuellen Stand komme. und alle zwei Jahre logischerweise auch Erster-Hilfe-Kurs. Also, das muss leider gemacht werden. Wird aber auch intern angeboten, also von dem her ist da alles entspannt. Aber leider ist ja, jetzt klingt so komisch, ist doch eigentlich gut, dass du das sagst. Ja, natürlich ist es gut, aber, äh, es ist immer ein Tag, der weggeht. Klar, man lernt wieder vieles dazu. Es ist auch wichtig, keine Frage. Ähm, aber ja, es ist immer eine komische Situation. Man muss es halt machen. Und es gehört dazu. Und es ist aber auch wichtig. Wir hatten es einmal, ich war nicht da an dem Tag, aber, ja, an dem Tag hat der Kollege gewusst, wie er die stabile Seitenlage macht. Ja, ich bin dafür, dass das regelmäßiger gemacht werden sollte. Oh ja. Oh ja. Das wäre gut. Das stehe ich auch. Mhm. Ja, und, äh, mein, sag ich mal, mein Werdegang im Prinzip, äh, führt mich über diesen Sicherheitsbeauftragten auch dazu, dass in ungefähr drei Jahren, ähm, hört unser, äh, Fachkraft für Arbeitssicherheit auf, der Genendrente. Und ich habe immer schon starke Interessen in diese Richtung gehabt. Und habe dann gesagt, okay, Tapetenwechsel, das will ich machen. Und jetzt geht es halt so los, ja, wann geht denn Rente, et cetera, und, äh, Bewerbung, et cetera, und, ähm, das ist so mein nächstes Ziel, Fachkraft für Arbeitssicherheit. Also hast du noch, hast du noch, äh, Aufstiegsmöglichkeiten, ja? Ja, ja, habe ich. Auf jeden Fall. Schön. Weil mein oberstes Ziel ist sozusagen, das ist komplett verrückt, ähm, ich will Fachkraft für Arbeitssicherheit machen, in der Firma, die zahlen mir die Ausbildung, dafür muss ich halt drei Jahre da bleiben, weil die mir die Ausbildung zahlen. Mhm. Und ich habe dann gesagt, so in spätestens zehn Jahren, dann bin ich 42, ähm, dann habe ich eigentlich wieder die, ähm, äh, den Willen sozusagen zu sagen, okay, Fachkraft für Arbeitssicherheit habe ich jetzt, ich habe Erfahrung gesammelt, damit Richtung Bayern. Weil Fachkraft für Arbeitssicherheit wird gesucht wie blöde. Und, ähm, dann, das ist mein Sprungbrett sozusagen, wieder Richtung Bayern zu kommen. Nach Hause quasi. Ja. In die Heimat. Das ist doch schön. Du hast dir ja, äh, hast dir ja ein Ziel gesteckt, eine Aufgabe. Auf jeden Fall. Leider wurde dieses Ziel, ähm, im August diesen Jahres etwas getrübt, ähm, äh, ja, gesundheitlich leider. Also ich kann nur mal kurz an alle da draußen appellieren, Bewegung tut gut. Und viel trinken tut auch gut. Hahaha. Peter, das ist nur, ja, okay, fahr fort. Jaja, ich, äh, jetzt kommt nämlich der Druckschluss dazu. Äh, äh, ich hatte im August Thrombose. Deswegen sage ich das dazu. Ähm, ja. Ne, ich hatte Thrombose im, im August und, äh, das war nicht schön. Und, das will ich halt auch keinem antun. Ähm, ja. Deswegen sage ich das mal so salopp, weil ich das erlebt habe und will es keinem anderen, kein anderer soll das erleben. Also wirst du jetzt Profisportler? Ne. Aber ich spiele Tischtennis wieder. Ja, ja, es geht klein los und hört groß auf. Ja, das komische ist, ich habe mit zehn Jahren angefangen, Tischtennis zu spielen und habe dann, äh, bis ich 18 war, gespielt. Dann habe ich auf mysteriöse Weise, okay, habe ich dann aufgehört, dann kam Job und, äh, Umzug nach Stuttgart. Ja, und dann habe ich so festgestellt, Moment, hier unten, wo ich wohne, ist ein Fußballplatz. TSV. Moment, ich bin auch in dem TSV. Ich Idiot, ich wohne seit sechs Jahren hier und habe nicht begriffen, dass die auch einen Tischtennisverein haben. Ja, gut, jetzt bin ich seit knapp einem Jahr da wieder drin. Hätte das aber schon fünf Jahre vorher machen können. Ja, besser spät als nie, Peter. Richtig. Besser spät als nie. Ja, richtig. Nun? Nun. Das war ein sehr aufsturzreiches Gespräch, finde ich. Danke, dass du uns da mal ein bisschen mit auf die Reise genommen hast. Und du hast ja nur auch schon echt einen verrückten Werdegang, also was heißt verrückten, aber einen beliebten Werdegang hinter dir. Oh ja, auf jeden Fall. Hast ja wirklich schon eine Menge gemacht. Was ich, ähm, kurz erwähnen darf noch, ähm, ich habe auf einem Schild in der Behindertenwerkstatt mit geistig Behinderten, war ein Schild aufgemalt, da stand drauf, ein Mensch ohne Macke ist Kacke. Soviel als Abschlusswort. Das war jetzt dein Abschlusswort? Ja. Okay. Ich wollte, ich wollte dir jetzt noch schön zwei Minuten einräumen, aber nein. Du hast, äh, du hast schon vorgegriffen. Tut mir leid, aber das ist so ein Spruch, der, ähm, prägt alles. Ja. Und drückt alles aus, was in der heutigen, äh, Gesellschaft so abgeht. Mhm. Deswegen, ich danke vielmals, Nils. Danke, Peter, dass du da warst und uns, äh, von deinem Job erzählt hast. Sehr gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei irgendeinem CT-Treffen demnächst. Ja, das, äh, hoffe ich auch, ja. Das, äh, würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen, äh, Sonntag noch und, äh, komm gut in die neue Woche rein und bleib gesund. Danke, gleichfalls. Haust du rein, Peter. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.